Hey, ich bin Mona und ich bin Angelina und gemeinsam mit unserem Bär-Team und vielen lieben anderen Unterstützern haben wir unseren Podcast Showroom ins Leben gerufen, den Podcast rund um die Themen Fashion, Brands und Lifestyle und wir sind ein Teil des Berliner Fashion Labels Bär und wir alle freuen uns sehr darauf, euch durch die Sendung begleiten zu dürfen. Ja, vielleicht kennt ihr Bär ja schon von dem ein oder anderen Mode-Event in Berlin, zum Beispiel von der Fashion Show auf der Torstraße oder auch im Haubentaucher. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel auf der Panoramamesse Berlin und haben dort unsere Kollektion vertreten. Durch das Bär-Projekt lernen wir ständig dazu, knüpfen neue interessante Kontakte und erarbeiten Kampagnen. In unserem Podcast lassen wir euch teilhaben, wie wir uns mit spannenden Persönlichkeiten, erfolgreichen Inhabern und Gründern austauschen. Es erwarten euch Tipps und Tricks, wie ihr selbst auch durchstarten könnt und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und uns auf unserer ganz persönlichen Reise begleitet. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Podcast Showroom und bei der ersten Folge.